Hier präsentieren wir die 5 beste Gaskochfeld-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Klarstein Ignito Domino, Gaskochfeld, Einbau, Sabaf Brenner. Das Klarstein Ignito 5 Zonen Gaskochfeld aus Edelstahl ist autark und verfügt über 5 hochwertige, starke Gasbrenner, die durch die Flammenverteilung gleichmäßig heizen und ein optimales Garen der Speisen ermöglichen. Das Kochfeld ist leicht zu reinigen und optisch sehr ansprechend, da es aus stilvollem und robustem Edelstahl in Silber gefertigt ist. Das selbsterklärende Bedienfeld erleichtert das Kochen, und die gusseisernen Kreuze sind stabil und kippen nicht um. Nummer 4. Klarstein Ignito Domino, Gaskochfeld, Einbau, Sabaf Brenner. Mit dieser schwarzen Glaskeramik von Klarstein liegen Sie goldrichtig, wenn Sie auf der Suche nach einem exquisiten Gaskochfeld sind, das sich mühelos in jede anspruchsvolle Küche einfügen lässt. Es verfügt über 4 leistungsstarker und hochwertige Brenner, die von massiven Gusseisenkreuzen abgeschirmt werden, die gut eingepasst sind und nicht kippen können. In den meisten Fällen lässt sich das Gaskeramik-Kochfeld aufgrund seiner flachen Oberfläche einfach und schnell mit einem feuchten Tuch reinigen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Gaskocher mit Koffer inklusive 16 Gaskartuschen. Wenn es um tragbare Gaskochfelder geht, überzeugt das E-Max-Produkt. Es bietet viel Kochkomfort für unterwegs und wiegt dabei möglichst wenig. Das einflammige Kochfeld wird mit einer praktischen Tragetasche geliefert, die den Transport noch einfacher macht. Der Gaskocher ist einfach zu bedienen, wird mit But an Gas betrieben und verfügt über eine automatische Zündung sowie einen Windschutzmechanismus. Beides erhöht die Sicherheit während des Gebrauchs. Außerdem hat er den Vorteil, dass 16 kleine Gaskartuschen zur Verfügung stehen. Diese haben in etwa die Größe einer handelsüblichen Spreedose und erhöhen die Tragbarkeit des Gaskochers erheblich. Nummer 2. Ziel an 2-flammiger Gaskocher Schwarz Campingkocher. Wir empfehlen den Ziel an 2-flammen Gaskocher für ihren nächsten Campingausflug, ein Abendessen mit Freunden auf der Terrasse oder jede andere Outdoor-Aktivität. Dieser robuste Gaskocher verfügt über eine austauschbare Brennerabdeckung und einen Drahtrost und kann mit Botan, Propan oder einem LPG-Gasgemisch betrieben werden. Der Verbrauch ist sehr niedrig. Und die Nummer 1 unserer Liste. Modernes Kochfeld 60 cm Outdoor-Aktivität. Auch im angezündeten Zustand ist die Gaskochmulde wesentlich sicherer als andere Varianten. Sie ist schwarz lackiert und wird getrennt vom Backofen installiert. Sie wird von der Herdplatte aus bedient. Dieses Kochfeld wird standardmäßig mit Erdgas betrieben. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video.